So, da sind wir wieder mit Part... ähm... 7, glaub ich. Ich hab glaub ich die ungeraden Zahlen. Von Ghost Weekend Future Soldier. Und du musst mit der Drohne spielen und ich kann wieder nichts machen. Ja. Seht ihr das? Das kann der zweite Player machen, wenn... Sag wann. Jetzt kann ich mich bewegen. Schön. Sag los. Und wir müssen mich wieder sehen. Ähm, ihr müsst hier noch einen. Okay, irgendwo ist... Ach, das bin nur ich. Ähm, nee. Auf dein Signal. Moment, hier warten. Auf dein Zeichen. Jawoll, alles. Okay. Wann soll ich schießen? Schussbereit. Ähm, so... Wer du bereit bist, ich kann eh nichts machen. Ach so. Ich lade nach. Ich dachte du machst was. Ja, okay. Nein, nein, ich kann nichts machen. Ach, deswegen schießt du da hinten rum. Heißt das jetzt, dass du gar nichts machst während der Folge, oder wie? Doch, bestimmt. Ach so, okay. Na, scheiße. Alles klar, da hinten sitzt du wieder. Ein paar mehr. Tarnung fährt hoch. Auf dem Weg. Hast du deine coole Drohne noch? Ähm, yep. Da sind nämlich noch ein paar... Drohne abgesetzt. Okay. Alles klar, dann markier ich die mal. Boah, das sind vier. Das sind... Das sind... Zeig mal. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, ich würde mal sagen, dafür zuerst die Fußball spielen, Leute. Also, unentdeckt kommen wir da nicht vorbei. Bin dabei. Bin dabei. Bin bereit. Okay. Ja, leg los. Habe ihn. So. Verstanden. Oh. Oh, oh, die haben ne Leiche gefunden. Ja. Der lacht halt. Was ist es? Leichtes Maschinengewehr. Hab sie festgenagelt. Apropos Maschinengewehr. Big ammo. Bin festgenagelt. Halt los, ich komme. Sag mal, der Spray da drauf wie so ein verrückter... Ja. Hat nicht so gut geklappt. Haha. Seh ich. War aber lustig. Also... Hä? Haha. Könnt euch nicht entscheiden, wer von euch mir hilft, oder was? So. Also, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass so meine... äh, mein... meine... äh, mein... Na! Wie heißt denn? Meine Deckung... hier... kaputt schießen. Wer hat mich denn jetzt erwischt? Ich werde nach. hier schon Pepper anschießen. Weil Pepper ist halt der, der nix kann. Ne, auf jeden Fall. Schon wo ist hier Pepper eigentlich? Der ist ziemlich weit vorne. Achso, das ist aber bei mir auch, als ob der... ähm, in die Gegengesetzrichtung schießt. Boah, ja, M60 nachladen, Alter, ne Tortur. Die hatten sie 6, alles klar. Dann ist das ja jetzt der letzte Part, den wir heute aufnehmen, oder? Okay, das nur Erwin. Ja. Ähm. Wie steh ich da eigentlich? Egal. Wird schon richtig sein. Runter. Pssst, ganz ruhig. Zur Kurze, wir bringen sie hier raus. Wir haben Besuch. Er ist es, wir haben ihn. Los, los, weiter. Schützt den VIP. Diamant-Formation. Los geht's! Oh, jetzt kommt die Diamant-Formation wieder. Ähm. Und ich würde mit dem M gehen, na klar. Auf der Brücke! Runter, unten bleiben, runter! Gebt dem Deckung! Warum wäre das, dass ich die Waffen wechseln kann? Ich muss hier mit dem M60 hier rumspulen. Links nach links, nach links! Auf den Boden! Hier runter, runter! Unten bleiben! Ah! Ah! Okay! Oh Gott, M60! Fuck, ich wurde getroffen! Oh! Ah, Mist, das war ein paar zu viele! Ah! Ah! Ich hoffe mal, dass ich jetzt eben meine Waffe wechseln kann, weil mit M60 ist das nicht ganz so einfach. Ja, ja, das stimmt. Noble Tempest. Nigeria. Ach, perfekt, gut. Schnell vor, die Waffe wechseln. Welche habe ich jetzt? Die M60! Oh mein Gott! Kann ich nicht vorher nochmal irgendwie... Ich decke! Okay. Ja, ist egal, dann probier jetzt mit der M60 nochmal. Pst, ganz ruhig! So gut, Sir, wir bringen Sie hier raus! Wir haben Besuch! Er ist es, wir haben ihn! Los, lass weiter! Schützt den VIP! Diamantformation! Los geht's! Beheilung, schneller! Rechts, rechts! Auf der Brücke! Runter, unten bleiben! Runter! Gebt dem Deckung! Ah! Ah, okay, das ist schon besser. Ist doch hier! Pili mal zu! Ich bin noch nicht zähig! Runter auf den Boden! Runter! Runter! Unten bleiben! Da oben bin sie jetzt! Ey, das kann ja mal gar nicht sein! Alter, ich bin schon wieder tot! Ich hab hier nicht mal Entdeckung! Ja, ich... Ich... Ich sehe so gut wie gar nichts! Ich stehe total frei rum und auf mich kommen vier Gegner zu, cool! Geil! Ah, Mann! Diese Diamantformation sind irgendwie merkwürdig! Cool gemacht aber merkwürdig! Okay, erstmal kurz weg! Welche Waffen habe ich jetzt? Die! Okay, die ist gut! Ähm, alles klar! Gut, ich kann! Ja, ich auch! Jetzt nimmt er wieder die M60 raus! Hahaha! Was ist das für ein Typ? Runter! Der hat sich ihm in die Hand geportelt! Oh, wie soll ich denn das machen? Ganz ruhig! Geportelt! Geportelt! Wir haben Besuch! Geportelt! Wer ist das? Wir haben ihn! Los, los weiter! Schützt den VIP! Diamantformation! Los geht's! Ach, ach, ach! Oh, ich bin... Auf der Brücke! Runter! Unten bleiben! Runter! Gebt ihm Deckung! Hinter dir! Ja, Alter! Ich stehe schon wieder wegen Pepper nichts! Eine Fresse! So, ich weiß doch gar nicht, wo du jetzt gerade stehst! Ich bin jetzt gerade hinter der Mauer! So! Okay, zurück! Zurück! Jetzt hat's geklappt! Wunderbar! Gut! Oh Gott, ja geil! Oh! Wie soll ich das denn machen? Wie noch ein paar mehr Gegner? Verstanden! Fox One Five ist in der Luft! Mit der M60 triffst du nichts, ey! Zeigen Sie her! Bewegung! Unten bleiben! Okay, er gehört Ihnen! Los Eck, du bist dran! Wer von uns beiden ist eigentlich Kose? Komm schon, komm schon! Irgendwie ist meine... meine... meine Schüsse sind gerade weg! Ich kann meine Schüsse nicht mehr hören! Hab ich getroffen? Jaaa... Noll! Was hast du denn gemacht? Achst du eine Predator? Äh Predator! Achso! Ja, hast du nur mehr Kriege! Ja, okay! Das könnte ich auch! Das hat geklappt! Kein Scheiß! Dann okay! Bestens! Einsatzbereit! So, sind Sie verletzt? Nur ein bisschen traumatisiert! Mir geht es gut! Was ist der Plan? Sie nach Hause zu bringen! Aber zuerst brauchen wir Deckung! Gehen wir zum Hangar! Okay! Cool! Sauber! Absolut! Overlord, hier Hunter! Paket gesichert! Verstanden, Hunter! Der Hangar scheint eine Art Unterbau zu haben! Sammeln Sie sich dort zur Abholung! Oh, okay! Okay, Overlord! Können wir eben nicht wenigstens eine Waffe in die Hand drücken? Mh, ich glaube, der kann nicht meine Waffe bedienen! No! Oder was ist das nochmal für einer? Keine Ahnung! Aber jeder würde mit der Bistur! im Toto umgehen können! Also wenigstens so einigermaßen! Ich würde mich da ein bisschen sicherer fühlen! Ich muss zurück! Wieder zurück in die Stadt! Sir, ich denke, Sie haben sich einen freien Tag verdient! Nein, Sie verstehen mich! Diese Typen, diese Söldner gehören zu etwas Großem! Ich glaube, die wissen selbst nicht, wie groß! Haben Sie das Schwarze auf Weiß? Ja, sicher! Ich beobachte sie schon lange! Aber die wurden gewarnt! Ich habe die Akten versteckt, bevor sie kamen! Und wo sind sie? In einem Kofferraum! Der Wagen steht an einer Tankstelle im Norden! Overlord, Hunter! Der VIP hat wichtige Unterlagen, die wir brauchen! Im Norden, in einem Fahrzeug an einer verlassenen Tankstelle! Verstanden, Hunter! Warten Sie! Wir scannen! Okay! Ich lade nach! Ich brauche eine Waffe! Wir sehen! Negativ, Sir! Sie gehen nach Hause! Wir holen Ihre Sachen! Ich war Ranger! Ich komme klar! Siehste! Sicher können Sie das! Aber heute sind Sie das Ziel! Er war Ranger! Ach so! Ratten! Tarnung aktiviert! Hä? Wo geht's denn? Ach so! Wir müssen ja den Ratten freuen! Hunter, wir haben ja noch viel Aktivität am Boden! Was haben Sie vor? Hunter sichert die Daten und drückt zur Ausweichlandezone vor! Verstanden! Wenn Sie wieder reingehen, dann tun Sie es besser schnell! Okay! Sind unterwegs! Hunter out! Oh! Sag mal! Ach du kacke! Wie viele Ratten sind das denn? Das wollte ich auch gerade fragen! Ist ja widerlich! Hier raus jetzt? Jo! Okay! Oh! Yeah! Ah! Jawoll! Ich will auch! Wie mache ich das? Danke! Danke für die Hilfe! Rangers leiden den Weg! Wir sind besser! Wir sehen uns! Ach so! Wir kommen gar nicht mit! Oh! Genau! Naja gut! Ja! Und ein Erfolg! Wir müssen uns erfüllen! Echt Erfolg? Ja! Ich nicht! Wertvolle Fracht! Hä? Ja ne! Moment! Oder hast du diesen Notierungen irgendwie ausgestellt? Erfolge? Wir müssen hier durch! Augen auf! Wertvolles Ziel! Pass auf! Sonst sehen sie den Weg! Oh Gott! Wie sieht mich jetzt schon wieder? Oh! Ich habe bekommen! Das ist Schiffmann bekommen! Aber es wurde mir nicht angezeigt! Ja! Vielleicht hast du es ja ausgestellt! Dass es nicht angezeigt wird! Hm! Kontakt von vorn! Ah okay! Einer mit Schrotgewehr! Sensor! Okay! Da ist einer! Drei Gegner kommen dazu! Neun Uhr! Okay! So! Ich gehe mal rechts da! In Bewegung! Ich glaube so viele sind hier gar nicht! Na ja! Bei dir steht noch einer! Abschluss bestimmt! Ähm! Mission ist ja nicht gelaufen! Also von daher! Da! Da! Gegner tot! Also ich bin ja noch schön unentdeckt! Da kommt Verstärkung! Da kommt Verstärkung! Hoffe ich zumindest, dass ich noch unentdeckt bin! Verpasst! Du musst die Fahrt von hinten! Du musst die Fahrt von hinten! Du musst die Fahrt von hinten! Achtung! Sieht sie los! Ob die Dinger da in die Luft gehen können? Da! Wir haben's im Griff! Wo seid ihr jetzt eigentlich? Okay, da bist du und die sind da hinten! Alles klar! Das heißt, wenn ich jetzt down gehe, dann seid ihr ein bisschen weiter weg! Muss nachladen! So! Aber die sind doch... Ich bin ja alle tot! Oh! Dahinten kommen noch welche! Na, sehe! Oh Gott! Ich muss nachladen! Okay! So! Das ist ja alles gerade extrem easy! Werfen wir eben einen Sensor! Oh Gott! Oh! Danke! Wer auch immer's war! Dann komm! Der Gegner bekommt Verstärkung! Hol den Kopf raus! Mann! Oh! So! Da scheiße! Ich wollte die Drohne gar nicht einsetzen! Shit! Mach! Mach! Mach weg da! Zurück in Deckung! Was? Hab ich einen tot gerannt oder was? Nein, das war ich! Ich hab mich eben schon gewundert! Einen tot gerannt! Das ist ein deutlich nie viel Kampfgewicht! Wieder getrampelt! Wie bald König der Löwen! Armer Mufasa! Okay, bin bereit! Ich bin bereit! So! Okay, eine Minute fehlt sich noch! Wir haben noch Zeit! Dürfte passen! Dürfte passen! You're not close! Oh, ich will auch die Sniper! Kannst du doch am Anfang auswählen oder nicht? Nee, kannst du gar nicht! Sniper aus irgendeinem Grund nicht! Das ist voll öde! Wo bist du überhaupt hin? Warte mal! Nein, ich bist wieder rechts, ne? Das ist... Warte mal! Warte mal! Gehört der zu uns! Kontakt! Warum ist meine Kamera so komisch? Äh... Moment, was ist denn jetzt? Ach da! Ach, jetzt ist sie gut! Das war der letzte! Hä? Keine Ahnung, was ihr gerade sagen wollt! Äh, was... Was... Was der da gemeint hat! Ich hab grad auch gar nicht gereilt, ey! Das war der letzte von... Von wie toll? Das... Von... Von nichts! Ja, von nichts, ja! Das Doppelte von Null ist auch Null! Das war seine letzte Gehirnzelle! Was ist eigentlich gerade das Missionsziel? Ihr habt keine Ahnung! Weil jetzt Playtogether achte ich irgendwie nie auf die... Story! Ich achte genere... Ich hab mir jetzt auch gemeint, wenn ich jetzt playe, dann krieg ich die Story meistens nie mit! Ja eben! Das ist bei mir auch öfters so! Und die stellen mich generell viel dummer an, und dann mach ich mich die aber nicht immer fertig! Aber bei... Aber bei Spielen wie Adam Wake, da bekomm ich alles mit! Was sollen wir tun? Tun? Wir sind nicht mal hier! WTF?! Was zur Hölle? Tarnung ist an! Das sind aber die Guten, ne? Ja, irgendwie schon! Ja, sollen sie machen! Ein bisschen Rache tut gut! In Bewegung! What?! Haha! Wie oft wird der eigentlich noch reinstechen? Oh, mein Handy! Ja, eigentlich haben wir jetzt... äh... Schluss! Na gut, aber... So mittendrin ist auch irgendwie scheiße! Ja! Mal gucken, wie lang's noch geht! Ja! Hier sind mehrere Tankstellen, aber wir sehen nicht, was darunter ist! Sie werden laufen müssen! Verstanden! Da fliegen Millionen Dollar durch Salon, trotzdem muss man noch immer selbst nachsehen gehen! Ja, stimmt schon irgendwie! Hat er nicht Unrecht! Wir sind die vier besten Freunde, die man sich nur wünscht! Wir müssen das Auto fissen! Nee, Pepper nicht! Nee, Pepper ist doof! Pepper mag niemand! Ja! Das... Das springt dann auf den Boden! Hallo! Hallo! Tu mir leid! I am a very important person! Hunter! Twisting! Wir sind an der LZ! Wir kreisen bis wir fertig sind! Okay, wir sind gleich bei Ihnen! Lassen Sie mich durch! Ich bin Arzt! Kontakt, Bitch! Ähm... Ja, irgendwie sind wir nicht mal Gegner! Gegner hat ein Sturmgewehr! Perfektes Timing! Hier sind gar keine Gegner! Da oben war auch einer, kann das sein? Oder hast du den... Hast du den oben auf dem Haus erwischt? Äh... Rechts oben! Okay! Sind noch irgendwo ein Turm oder sowas? Lade nach! Ach, da vorne! Oh! Drei! Da sind noch drei Gegner! Drei Uhr! Das sind zwei Ziele! Bereit auf dein Signal! Jetzt! Zwei Ziele markiert! Gut! Irgendwann ist es hier, glaube ich? Doch, da hinten sind noch zwei! Aber ich weiß nicht, müssen wir die erwischen, oder? Zeit zu gehen! Hey, Camp! Und erledigt! Oh, Sch! Oh Fuck! Oh Gott! Oh Gott! MG! Peppa! Wo wirst du für richtig verhaften? Du wirst so 30k... Ja! Ah, ja, ich war wunderbar. Ich liebe 30k! Und Er liebt mich! Peppa's trotzdem scheiße! Richtig! Okay, äh, habe ich ne Granate? Ich hab ne Granate! Ich auch. Zwei sind besser als eins. Keine, du kriegst viel zu weit. Okay. Ich hau lieber ab. Könnt mich alle mal. Was sind sie denn jetzt? Da hinten irgendwo, glaub ich. M60. Die M60 kriegt man übrigens durch Uplay Punkte. Das nochmal so ganz nebenbei. Falls das irgendwem von euch juckt. Ich bezweifle es mal, aber... Man weiß ja nie. Hä, wir müssen... Ach so. Das war gar nicht unser Ziel. Ich dachte wir würden jetzt mit dem Boot abgeholt werden am Strand. Voll romantisch. Ja, ne? Okay, der Heli ist böse, alles klar. So, dann hol ich mir lieber mal eine Raketenwerfer raus. Hallo? Bewegung, Deckung. Ich wurde entdeckt, kann das sein? Mit Granatwerfer. Voll cool und so. Oh, ich kann... Uh, uh. Schlafschützengewehr. Neh mich. Äh... Ja, toll, ich seh den ja nicht mal. Holy fuck. Siehst du gerade auch rein gar nichts? Ich seh ziemlich viel, aber... Ähm... Ähm... Ich seh grad irgendwie niemanden. Kontakt von vorne! Schütze! Nein, Drohne wollte ich gar nicht... Oh, toll. Okay, raus ist nicht gut, weil da sitzt ein Heli, okay. Danke, wer war's? Pepper. Äh... So, ich hatte die falsche Waffe. Die zerlegen dich in Deckung! Wo ist er? Er ist da. Klar. Jawoll. Holy fuck. Ah! Ich seh grad niemanden. Wo stehst du denn die ganze Zeit hin? Ja, da oben ist ein Helikopter und der ist voll hässlich. Achso. Sollen wir nur den Helikopter platt machen, oder wat? Ja. Das ist doch easy peasy. Die, ähm... Ja, hier... Ich hab steh den der M60 mit BIG ammo! Ah, erwischt! Ich spieg... Ich spieg... Ich spieg mit der, ähm... Was ist das eigentlich? Irgend so nem Granatwerfer. Ich spieg mit der M60. So, und wo jetzt? Ähm... Wo müssen wir jetzt hin? Rausjumpen. Hier sind echt keine Gegner. Ich hab ne Sniper. Woll ich nur mal gesagt haben. Ich hab eigentlich gar keine Ahnung wo ich hingehe, ja? Das merk ich. Ähm... Wo sind die überhaupt hingegangen? Keine Ahnung, ich rede einfach hinterher. Da ist es. So. Ach genau, jetzt sind wir beim Auto. Ach ja, die Daten müssen wir sichern. Ja, stimmt. Das war's. Das ist der Kofferraum. Wir haben die Infos. Bereits zur Abholung. Verstanden, Hunter. Trifft ihr unterwegs zu LZ. Ist vielleicht nicht so gut so nah an der Tankstelle zu stehen. Ja, eventuell. Ja. Auf gerade, bad feeling. Uuuuh. Das ist unser Helikopter. Ja. Na J sei Dank, do. Aber was schießt er? Oh. Hoch! Mensch. Damit hat sich ja gar nicht gerechnet. Hör her bitte. Hey, der kommt zurück für Runde 2. So, ja. Da komm ich mit meinem Granatwerfer. Bam und... Wo ist er denn? Ich seh ihn grad gar nicht. Ah, da. Jetzt haben wir, ich treffe ihn nicht. Ich schon. Lade nach. M60 Big Ammo. Hast du ihn? Schön. Luft ist rein, Twisting. Ziger Granatwerfer. Verstanden, Hunter. Wir holen sie da raus. Abholzone ist wo? Ach, hier direkt. Hm. Erster. Erster. Ich bin Erster. Yeah, Erster komm hier. Ich will. Oh. Los, los, los. Weiter, kommt schon. Beeilung. Alle Mann vollständig angetreten. Vorwärts, Gentlemen. Ich will dich am Boden kleben. Alles klar. Sehr cool. Einfach auf Sie von 100. Alles klar, dann geht's bei Part... 8, glaub ich. Bei dir weiter, ne? Ja, genau. Kann gut sein. Also, bis denne. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.